So, Halilo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Middle-Earth Shadow of War. Wir müssen mal kurz gucken, was wir hier als nächstes machen. Ich musste leider gestern aufhören zu spielen, weil ich keinen Speicherplatz mehr auf einer externen Karte hatte. Egal. Wir wollen mal gucken hier. Karnan hat sich geopft, damit Targo zerstört werden kann. Doch Sok ist noch da. Und der Wind verbreitet in seltsam Verwesensgeruch. Kehre zum Karnan-Ball zurück und untersuche den Grund dafür. We must return to the forest of Karnan to see what remains. And what can be done. Yes, yes, yes. Ich hab keine Zeit für euch. Es tut mir furchtbar leid, wirklich. Ich möchte euch gerne töten, aber ich kann grad nicht. Ich muss mich um wichtiger sein können. Ah, oh Gott, Tiere. Oh Gott, Tiere. So viele Tiere. Und Bule. Hier rennt ja grad alles rum. Ja, lass uns das mal tun. Gucken wir uns den Spaß mal an, was hier mit dem Wald los ist. Gucken wir uns das mal an, was hier mit dem Karnan-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball. Gucken wir uns das mal an, was hier mit dem Karnan-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball. Gucken wir uns das mal an, was hier mit dem Karnan-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball. Gucken wir uns das mal an, was hier mit dem Karnan-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball-Ball. Gential an, bei dem infected peoples ist. Gucken wir uns das mal an, was Hilder ist. Gucken wir uns... Dwimmercrafty, they rise like tidewaters. Baseborn beset. Beset by death. They come for you. By my oath we will find him, and honor your sacrifice. Fetter the fowl or return them to dust. Defile it is the land. Curse it, he's the maker. Yeah, don't mess with nature, Jesus. Dover necromant. I'll do the box now. So. Für den Ursprung der Wiedergänger Der ewige Entflammer und Kränklich Wir sehen uns wieder. Ich bin Zork, und ich habe dich für ein paar Zeit geguckt. Du bist die Inspiration für alles. Was besser ist, um einen totem Mann zu verraten, als eine legion von un-dead Orks? Will ich nicht verraten, Ritual? Dann können die jetzt gar nicht sterben, oder stehen die wieder auf, oder? Die Necromancer totalen. Ja, das wäre doch gut. Der ist super geflogen, oder? Ich stank im Wind. So, was haben wir denn hier noch so in der Nähe? Was Neues hier macht? Machtbrauch Karagor. Gasteppelesen oder zieht sich an der Prüfung und stellt sich einem wilden Karagor? Hier haben wir die Pits. Hier ist Duell. Radak der Furchtlose. Ich will ihm mal helfen, denke ich. Ich hoffe, die Leute verraten mich jetzt nicht wieder von vorne bis hinten. Aber ich glaube, dieses Verrat-Ding kommt vor, weil man halt quasi noch kein Exempel an Dings statuiert hat. Nein, du bist mein Bodyguard, du musst hier bleiben. Krummkampf. Krummkampf. Nee, Krummkampf wollen wir ja eigentlich nicht machen. Du kannst hier mal überfallen. Ich bin mal stolze, Digga-Mobbe. So. So. Hier. Radak der Furchtlose gegen so einen Kopfschläger. Na das wird ja easy peasy für ihn, oder? Na dann. Mach den mal fertig. Das sollte eigentlich nicht lange dauern, weil er ist einige Level über ihn. Ach, hier sind sogar mehrere von meinen Leuten. Ihr macht das schon. Ich schaue euch. Ich schaue euch einfach zu. Ich schaue euch einfach zu. Er zieht sich zurückgeführt. Ist aus dem Duell geflohen. Hat den Titel der Mutlose erhalten. Und wir haben super wenig EP gekriegt. Hat die Jagd erfolgreich abgeschlossen. Hat die Machtprobe überlebt. Hat die Machtprobe auch überlebt. Hat die Machtprobe auch überlebt. Hat das schön gemacht. Mach den Platz. Ja. Ich will mich nicht ansprechen. oh mein Gott. Gott. Das ist lass. Ich hab dich nicht ansprechen. Das ist ganz schön. So, was haben wir denn hier noch, was ist das überhaupt gewesen? Die drei Türme. Eltari hat Nazgul in der Nähe gesichtet und er sucht die Gegend, um zu erfahren, was sie planen. Ja, weil wir ja schon mal hier sind, machen wir das. Äh, ich wollte eigentlich schnell hoch, aber das ist auch ganz gut hier. So, die drei Türme. Also man hat wirklich viele Queste, die man machen kann und du hast halt immer zu tun mit deinen Häuptlingen und so, ne? Dein Kampf ist fachlos, Ranger. Du hast nichts erreicht. Der Hydeer gehört zu dem Witchking. Er zieht dich, er zieht dich, und bald wird er dich dominieren. Ich denke nicht. Sie müssen nicht die Hydeer erheben. Sie müssen nicht. Ein Karagor würde uns helfen, uns schnell zu lösen. Ja, das stimmt. Als wir diese Tauern haben, müssen wir uns finden. Sie muss wissen, was passiert. Sie könnte uns jetzt sehen. Ich brauche ein ganzes Mögen, was passiert. Aber da ist alles. Das ist ein Schatz. 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 Er machte zu seinen Schwestern! Ich bin wählen! Nein! Er ist auf den Kategorgen! Oh no! Yes! Gekräft! Eiskalt! Das Problem ist mit Cargo, er ist ja wirklich fast tot, ne? Ja, okay. Okay. Ehh, Facts. Nein, mein Karpos tut. Ja, mein Karpos! Ja, mein Karpos! Ich werde diese Tower für den Witchking, und du wirst in den Schaden sterben! Ich denke nicht so. Ja! Ja, mein Karpos. Ja! Dabbit Cut! Hehehe! Ja! 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 Der Auserwählte war wohl doch nicht so auserwählte. Der Auserwählte war wohl doch nicht so aus. Ich liebe Cargoers, oder? Because it's fun killing people with them. Hi. Und so do you, Ranger. The Witch King cannot see the name. I'm just... No! 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 No, an alert ist natürlich auch da. Oh Gott. No! 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 Don't kill me, please. Oh! What the fuck? Where the fuck? Oh, hallo. Weiß ja auch, kein Ork mehr, ne? Oh, kann ich den brechen? Wir brauchen einen Harschuh. Yes. I would like to kill you. Ups, I killed you. We did it. Welches Level sind wir jetzt eigentlich schon? Wir haben einen Tuch, dann zu wissen. Drei ein Harsch. So, was haben wir denn hier noch? Kann man wieder jemanden rächen? Ansonsten Online-Eroberung? Ja, das ist eigentlich auch immer ganz nett. Aber eigentlich würde ich ganz gerne mal meine Leute hier hinschicken. Also zumindest die vom Level hohen, Leute. Dass die ein bisschen Leveln vielleicht. Kogabooten, Amok. Amok ist gefloren. Hast du schön gemacht. Sehr gut. Ne, unbekannter Hauptmänner. So, wen haben wir noch? Das ist mein Bodyguard. Ne, das ist nicht mein Bodyguard. Das kann man machen. Na, Ruk. So. Wo waren denn die Pizzer? Da. Bin ich hin. Ich will es mal versuchen. Ich meine, es kann halt wirklich sein, dass das tierisch in die Hose geht jetzt und ich irgendwen verliere. Aber ich glaube, das Risiko muss man leider teilweise eingeben. Woa. Ich glaube, der ist Level 35 oder so. Wie soll ich das hier machen? Ich glaub der ist Level 35 oder so. I don't want to do... Ich will nicht, dass einer von meinen Leuten stirbt. Ah! Ah! Auf dem Samen ist das... Na gut, das geht. Mach einfach nicht Boxen um! Mach ihn kalt! Töte ihn! Töte ihn schnell! Nein! Baby! Oh Gott! Please! Nein! Wehr dich! Du sollst dich schwärmen, Junge! Oh Gott! Ein Kampf zwischen zwei Ologs ist immer ein bisschen... Hauptsache ich mal... Er ist gebrochen. Und hat Angst vor Feuer. Und ist gestorben. Oh Gott sei Dank! Oho, da kriegt man auch schon ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst kriegt man da wirklich, oder? So... Könnt ihr ihn da quasi nochmal reinschicken, oder? Ja... Ja... Du gehst da direkt nochmal rein und machst mich bitte wieder stolz. Töte ihn auf? Oh Gott... Du bist gerade, wenn dein eigener Tag ausschießt... Töte ihn! Das ist gut, dass seine Waffe ist vergiftet, ne? Oh ja, das sieht gut aus. Yes! Kill him! Ab ist der Kopf! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Janik weiß aber. Also der ist blind, ne? Also ich nehme es mal an, dass der blind ist. Warte mal. Und das hier ist Champions. Okay, Champions würde ich das nicht machen. Aber ich will mal kurz gucken. Weil, wie gesagt, wenn aktuell verraten, technisch hier noch. Obwohl, ich glaube, das haut so weit hin. Ich hätte ihn halt gerne noch ein bisschen höher. Und vor allem mein Häuptling, ne? Der ist, also wenn man mal genau guckt. Ja, mein Häuptling. Also mein Obermeister hier. Der ist gerade mal im 14. Okay, wo ist mein Weißauge? Hier. Wieso kann ich dich nicht befehligen? Achso, weil du gerade Schnurribums machst. Oh, der 14 ist nicht gerade hoch. Den könnten wir dann hier mal, wer ist denn hier mal ein bisschen höher vom Level? Er müsste jetzt, ich werde mal gar nicht den belesen. Den werde ich jetzt...